Ende dieses Jahres wurde in Russland die erste einheimische Produktionsanlage für Großdrohnen in Betrieb genommen. Warum es notwendig ist und welche Arten von Drohnen produziert werden, das erfahren Sie in dieser Ausgabe. In den letzten fünf Jahren hat Russland einen technologischen Durchbruch bei der Drohnenproduktion erzielt. Über drei von den besten Modellen werden wir heute berichten. Die erste Drohne ist Orion E. Sie ist der vollautonomen türkischen Kampf- und Aufklärungsdrohne Bayraktar überlegen, besonders in puncto Waffenspektrum. Die russische Drohne ist außerdem viel widerstandsfähiger gegen elektronische Kampfführung, leicht bedienbar und verfügt über eine umfangreichere Ausrüstung und ist viel billiger als türkische Maschine. Der Kampfradius der Orion ist doppelt so groß wie der von Bayraktar. Die nächste Maschine in der Drohnungs-Hierarchie ist die Aufklärungs- und Streikdrohne Altius U. Ihr Trumpf ist die künstliche Intelligenz, die es der Militärdrohne ermöglicht, eine beste Route auszusuchen, sowie eine gesicherte Möglichkeit bei der Überwindung der Luftverteidigungszone zu finden. Die Maschine kann Ziele identifizieren und Waffen für den Angriff wählen. Fachleute gehen davon aus, dass die Effizienz der russischen Maschine gegenüber der Konkurrenz um das 1,4-fache Höhe ist. Noch ein Modell, Grom, Dona auf Deutsch, verkörpert eine nächste Stufe in der Entwicklung mittelgroßer Drohnen. Nutzlass von 2 Tonnen, Geschwindigkeit 1000 kmh und Aktionsradius von bis zu 700 km. Es handelt sich dabei um eine getarnte Angriffstrohne, die Boden- und Überwasserziele trotz starker Luft- und elektronischer Gegenmaßnahmen angreifen kann. Einige dieser Modelle werden bereits von den russischen Streitkräften verwendet. Während der Kampfeinsätze in Syrien haben sie sich gut bewährt. Doch bisher wurden russische Drohnen eben in kleineren, vereinzelten Produktionsorten hergestellt. Die Eröffnung der derartigen Großproduktion markiert den Beginn einer neuen Phase in der Entwicklung der Spitzentechnologie. Innerhalb einer Rekordzeit, weniger als ein Jahr, wurde eine neue hochmoderne Produktionsanlage gebaut, wo etwa 1500 Arbeitnehmer ihren Job haben. Das Unternehmen plant auch, Hubschrauber-Drohnen herzustellen. Zum Lieferumfang gehören dann auch Kontrollstationen. Einerseits verfügt die russische Armee über hochmoderne Ausrüstung und Bewaffnung. Andererseits beabsichtigt Russland auf dem Drohnenmarkt, eine globale Konkurrenz gegenüber führenden Ländern wie Israel und Türkei zu sichern. Abonnieren Sie unseren Kanal, um mehr über gegenwärtige Situationen in Russland aus erster Hand zu erfahren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017